Ja, sie sind da. Die Tassen zur 30. Seifener Weihnachts 2021, die natürlich jetzt in das Corona-Wasser fällt. Aber die Tassen haben wir trotzdem gemacht. Gibt es bei uns hier im bunten Haus in der Touristinfo. Die Touristinfo versendet ihr auch in ihrem Onlineshop und an ausgewählten Geschäften in Seifen. Hol sie sich. Wir haben nur eine limitierte Auflage. Sie passt wunderschön zur letztjährigen Tasse vom Striezelmarkt. Natürlich wie immer ein sächsisches Produkt von Kannegieser aus der Lausitz. Sächsisches Produkt in Sachsen für Sachsen. Hol sie euch.